Hallo das liebe Voice Kids Team! Mein Name ist Ernest Elias Sack, bin 13 Jahre alt und wohne in Kiel. Ich liebe es zu musizieren, deswegen spiele ich auch Klavier, Melodika und Kita. Natürlich singe ich auch. Ich habe auch außerdem einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich Reisevideos, Kochvideos und natürlich Musikvideos mache. Ich kann auch in vier verschiedenen Sprachen singen. Einmal Italienisch, Französisch, Deutsch, Türkisch und Englisch. Und seit ich sieben Jahre alt war, habe ich schon immer geträumt auf der Voice Kids Bühne zu stehen. Und deswegen will ich euch heute zwei Lieder vorstellen. Einmal Family Tale von Alexander Lieberg und Mama von Freddie Mercury. So, jetzt fange ich mit dem ersten Lied an. Musik Years ago, when I was younger I kind of liked a girl I knew She was mine and we were sweetheart Dad was dead, but then it's true I'm in love with the very day Even though it turns Cause I don't care if I lose my mind I'm already concerned Every day we start a fighting Every night we fell in love No one else could make me sadder But no one else could leave me like devil I don't know what I was doing When suddenly we fell apart Nowadays I can't fight it But when I do We get the pretty start I'm in love with the very day Even though it turns Cause I don't care if I lose my mind I'm already concerned She's a very dear Even later Cause I don't care if I lose my mind I'm already concerned I don't care if... I don't... I don't care if... I don't care if I lose my mind